Ich schulde euch ja noch das Review zum Ender 3S1. Wie schlägt er sich im Vergleich zu anderen Druckern? Die technischen Daten werdet ihr vermutlich schon kennen. Ansonsten pinne ich sie euch gerne noch einmal im ersten Kommentar. Die Story beginnt eigentlich vor vier Monaten. Das Gerät wurde mir von Geekbuying zur Verfügung gestellt. Vielen Dank für euer Vertrauen an der Stelle. Ich durfte mir mit dem Review alle Zeit der Welt lassen. Ich habe den Drucker erstmal ein paar Monate mitlaufen lassen, um eventuelle Schwächen auch zu spüren. Spoiler-Alarm, meine beiden Genius Pro habe ich immer öfter stehen gelassen und schließlich verkauft. Nun habe ich einen neuen Go-To-Drucker für meine ganz spontanen Ideen. Das neue Sprite-Extruder-Design finde ich top. Und ich habe bisher mit PLA und PETG absolut zuverlässige Ergebnisse erzielt. Die Druckqualität war super, gleich aus dem Karton heraus. Aber bitte achtet darauf, die Riemenspannung zu prüfen nach dem Zusammenbau. Auch filigranere Bauteile schafft der Ender 3S1 ohne Probleme. Die Bauteilekühlung ist frontal. Wenn man schlau im Slicer positioniert, ist das allerdings kein Problem. Es gibt alternativ auch diverse Fan-Ducks auf Thingiverse. Ich habe übrigens selbst aufgehört, an meinen 3D-Druckern zu basteln. Ich will einfach nur drucken. Behaltet das also im Hinterkopf. Bei mir gewinnen unkomplizierte Produkte, die einfach gut funktionieren. In meiner kleinen Produktionsumgebung hat sich der S1 bestens eingefügt und steht nun neben meinen beiden Arbeitstieren, den Neptun 2 und Neptun 2S. Der Spulenhalter ist ein absolutes Meisterwerk. Der Ender 3S1 ist der erste Drucker, wo ich den Filament sind und so tatsächlich mal dran lasse, da hier absolut keine Abstriche gemacht werden müssen. Super durchdachtes Design. Falls ihr übrigens wissen möchtet, warum es jetzt hier so anders aussieht, dazu folgt in Kürze ein Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann dabei seid. Ja, kommen wir zum Fazit. Der Ender 3S1 macht deutlich teureren Geräten Konkurrenz und ist dabei absolut alltagstauglich. Falls du ein größeres Druckvolumen benötigst, schau dir gerne einmal den Ender 3S1 Plus an. Falls du gerade etwas broke bist, bekommst du beim Elegoo Neptune 2S oder Ender 3V2 Neo ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wollen wir hier das Licht ausmachen, Freunde. So.